Herzlich Willkommen zurück hier in Minecraft. Ich habe offline ein bisschen weiter erkundet. Ich bin zu Fuß rum gerannt und habe einen neuen Ort zum Leben gesucht. Ich habe einen gefunden und zwar in südlicher Richtung. Hier ist eigentlich ein sehr schöner Platz mit einem Berg, wo die Mine reinkommt, mit einem Fluss, mit einem Baum, den man zum Magnuschen Turm umbauen kann. Den gucken wir uns jetzt gleich mal an. Wir machen nochmal hier einen Wegpunkt, damit wir umziehen können. Neuer Wegpunkt in ein altes Haus. So, und jetzt teleportieren wir uns zu unserem neuen Haus. Was bist du denn? Alter, willst du mich hauen? Mit Stress? Na gut, was war. So, also hier ist ein Baum, den kann man zum Magnuschen Turm umbauen. Hier gibt es einen Berg, die Mine, einen schönen See mit Fluss. So, und ich denke. So, und ich denke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Okay, so wäre hier die Mitte. Dann wäre schon wieder ein bisschen mehr Holz. Dann gehen wir das nochmal durch. Dann gehen wir das nochmal durch. Dann gehen wir das nochmal quer durch. Dann ist das noch schnell durchgeblüht worden. Und die Achse ist auch kaputt. Oh, wieder so ein super Timing. Hier ein, hier. Dann gehen wir mal ein, hier. Wenn wir uns nämlich hier schön einen Turm ausüllen, so langsam und stetig. Wir können nochmal versuchen, gegen ihn zu kämpfen, ja? Oh, es ist wieder so typisch. Wir haben einen Kopf gefunden. Und leider keine Enderperre. Wir haben noch gar nicht. So, wo stehen wir dabei? Wir müssen schnell wieder wegteleportieren. Wir brauchen ein bisschen Eisen. Und wie viel Eisen haben wir denn? Wir brauchen noch ein bisschen Eisen. Wir brauchen noch ein bisschen Eisen. So, 30 Eisen. Wir brauchen vor allem wieder mehr. Lava. Wir hätten hier eigentlich gerne mal eine, die wir reparieren können. Eine Axt. Die hier ist natürlich auch sehr schön. Die brauchen wir jetzt aber im Moment nicht. Wenn wir uns doch diese hier. Mit Schaufelkopf. Können wir auch gerne mit Schaufeln. Das ist aber auch eine Schaufel, eine Axt und ein kleines Werkzeuggriff. Eine Schaufel. Eine Axt. Eine Schaufel. Müssen wir uns noch herstellen. Und mehr Stein. Bisschen mehr Stein. Wollt vielleicht weiter sogar noch. Würde sogar noch weit. Und hier ändern meinen Kopf. Wenn du bist obsidian. Aha. Kann dann ändern meinen Kopf. So. Ja, wozu auch immer. Das reicht natürlich nicht aus. Noch ein bisschen Gold einschmelzen. Schauen wir mal was wir hier mit die Schaufel brauchen. Brusten, Schaufel, das, das. Dann machen wir diese beiden einmal her. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Schaufel brauchen wir zweimal. Axt, Brustergriff, normaler Griff. Das Gesicht haben wir und das. Dann fehlt uns auf jeden Fall wieder Eisen drin. Dann machen wir wieder neue Eisen rein. Mal gucken. Dann machen wir die normale Axt. Guck mal, wo hat das hier gemacht ne? Ach, da brauchen wir mal einen anderen Kopf für. Schauen wir mal ein bisschen. Schauen wir mal wieder gelaufen. Heißt, da brauchen wir jetzt. Aber nicht, dass der Werkzeugbinder dafür geeignet ist. Mal gucken wir gleich mal. Wir brauchen nämlich ein Das ist ja Das ist ja Machen wir mal wieder was, dann brauchen wir den großen Brustenbinder und dieses Ding. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So ist schon besser. Die brauchen wir dann wieder nicht mehr. Klar, dass das noch nicht geht, aber so geht das. Sehr schön. Was machen wir hier noch aus? Stücke. Dann brauchen wir noch eine neue Kiste. Für Holz erstmal hier. Alles was mit Holz zu tun hat rein. So, dann testen wir den nochmal aus. Und dann werden wir in der nächsten Folge weitermachen, damit umzuziehen. So ein wenig. Immer noch auf der Suche nach Diamanten. Aber wie man denkt, hier geht das alles jetzt noch schneller. Vielleicht sind die auch mal vorher hier. Wäre doch mal ein Raum, wo Diamanten wäre. Sieht ja mal fast nicht so aus. Einmal noch hier langbuddeln. Das wird dann unsere Mine auf jeden Fall werden für Materialien, die halt alt sind. Also alles bis zum Orbseum, das werden wir hier nämlich mit finden. Tja, wie wir sehen haben wir leider keine Kippa gefunden. Sehr traurig. Aber nichts zu ändern. Ohne uns noch wieder Eier, den werden wir noch einmal ernichten. Und das hat auch nichts gegeben. Gut. Dann sei an der Stelle wieder wasser Video gefallen hat. Lass mal einen Daumen da oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss. Ja.